Unruhen und Mitstrauen aus beherrschten Galaxien. Auf dem büsten Planeten Tetri öffnet sich ein Dimensionsdorf, wo hier merkwürdig gestaltete Menschen erscheinen. Doch sie wissen nicht, dass sie bereits erwartet werden. Wo sind wir denn hier schon wieder gelandet? Boah, dieses Wollknäu! Kurosch hat sie hier. Ach du, unser kleines Schlaf. Ziemlich heiß hier. Diese Welt endet sehr im Land, wo ich hierher komme. Dort kam es auch brisant. Es war trocken. Wir waren wissen, dass wir den Kneipp finden müssen. Diese Hexe, die Jugend, hat uns nicht nur noch mehr geschickt. Wir müssen schaurant hin. Wer bist du? Kurosch! Wer bist du? Deine depende? Genau. Ich sage, haben dich verstanden zu Hause. Tagura, die Macht ist stark in dir, lernen sie zu nutzen. Ich bin ein Verstochener, der hier die Meister auf Eis betragen. Ich wurde von einem ehemaligen Schüler im Morden. Nimm dieses Schwert und kämpfe, für was du kämpfen willst. Ich bin ein Verstochener. 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 Ich bin ein Verstochener.